Hi und herzlich willkommen hier bei Probieren geht über Studieren. Ich bin Marius, ich bin Pilz-Sachverständiger und Pilz-Coach und heute in diesem Video gebe ich dir sechs Tipps, wie du selbst bessere, schönere und professionellere Pilzfotos machen kannst. Gehen wir direkt rein in die Materie und schauen uns das mal ganz genau an. Der erste und wichtigste Tipp ist, dass du am Pilze fotografieren großen Spaß hast. Mach da keine riesen Challenge draus oder irgendwas Abgefahrenes. Fang einfach mal langsam an und erfreu dich an den Pilzen und an deinen schönen Fotos. Oh leck ey, ich glaube mir falle die Aua aus dem Kopf. Was ist das dann? Was? Das doch habe ich noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Oh, ist der cool. Oh geil, das ist mein erster Stinktäubling für das hier. Juhu! So oder so ähnliche Herangehensweisen braucht man. Anders ist das Hopfen nun mal verloren. Als zweiten Tipp möchte ich euch mitgeben, dass es sehr wichtig ist, dass ihr das richtige Fotomodell aussucht. Das heißt, ihr solltet nicht zu alte und nicht zu junge Pilze auswählen. Junge sind viele Pilze ja noch viel zu klein oder alt sind sie schon eklig, vermatig und matschig, sondern so eine gute Mischung, ein gutes Mittelmaß. Hier haben wir zum Beispiel zwei junge Rotfußröhrlinge und einen relativ alten. Ein Tick schon fast zu alt, aber das wäre jetzt als Fotomodell ganz gut geeignet. Hier habe ich euch mal ein paar Beispiele von Pilzen eingeblendet, die auf jeden Fall zu jung oder zu alt sind, dass das je schöne Fotomodelle sein könnten. Sorry Leute, der Ton wird in diesem Video wahrscheinlich nicht so gut. Mir ist nämlich gerade eben mein Mikrofon kaputt gegangen. Der Tipp Nummer drei ist auch ein sehr wichtiger Tipp, wie ich finde. Und zwar haben wir hier jetzt einen Pilz gefunden. Den schauen wir uns mal genauer an. Der hier, der steht jetzt ganz alleine da. Das ist so nicht so dolle, weil wir haben, wenn wir jetzt hier ein Foto von dem Pilz machen, dann haben wir nur die Hutoberseite oder wenn wir die Hutunterseite knipsen wollen, dann müssen wir den rausnehmen und umdrehen. Deswegen, das allererste, was ich auch immer mache, bevor ich einen Pilz abreiße oder ernte, ich gucke mir erstmal die Umgebung um und schaue mal, ob ich da noch mehr Pilze finde. Und hier hinten sehe ich jetzt gerade, da ist sogar noch einer, ein ganz kleiner. Den legen wir jetzt nochmal zum großen Bruder dazu. So, und jetzt ist es schon deutlich besser, denn ich habe hier ja wenigstens einen Jungen und einen Alten. Hier hat man jetzt noch das spezielle Problem, dass das Licht ein bisschen schwierig hier ist. Hier im Wald ist viel Schatten und aber auch jetzt gerade die Sonne ist gerade draußen. Deswegen drehen wir das Ganze mal rum. Dann werden die Pilze von hinten angeleuchtet und ich habe kein Gegenlicht. Das ist auch immer ziemlich wichtig, wenn man mit Kameras hantiert. Und jetzt kommt es natürlich noch auf die richtige Anordnung der Pilze an. Das bedeutet, ich achte bei meinen Pilzfotos immer darauf, dass ich mindestens zwei, im Idealfall sogar drei, Pilze auf ein Foto kriege. Und dann kann ich die nämlich so schön anordnen, dass man möglichst alle Strukturen auf einem Bild erkennen kann. Ich blende euch mal ein paar Fotos ein, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, wie ich das meine. Das erste Foto zeigt den Waldfreund Rübling. Auf dem Bild erkennt man die Lamellenfarbe, man erkennt die Stieloberfläche und man erkennt die Hutfarbe. Das zweite Bild zeigt einen gelb gegürtelten Schleimkopf. Auch hier habe ich viele Pilze auf dem Foto arrangiert, eventuell sogar schon zu viele. Aber man hat einen guten Eindruck von dem Pilz aus verschiedenen Altersstadien. Das letzte Bild zeigt den gebänderten Heinbuchenmilchling. Auch hier sieht man wieder die Hutfarbe, die Lamellen und den Stiel. Ja, und hier bei unserem Exemplar jetzt bedeutet das, dass ich den Pilz hier, den kleinen, den drehe ich mal rum, dass man schön die Lamellen sieht. Und so wäre jetzt eine ganz gute Position, um den hier zu knipsen. Einziger Nachteil ist noch, die Lamellen sind halt sehr überlichtet jetzt. Das heißt, legen wir ihn mal in den Schatten. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ist hier jetzt kein super Beispiel. Also ich muss ja auch immer mit den Pilzen arbeiten, die ich gerade finde. Es gäbe da sicherlich auch schönere Anrichtungen. Aber das ist so ein wichtiger Aspekt, wenn es um das Thema Pilze fotografieren geht. Und das macht das Pilze fotografieren, wie ich finde, auch sehr dankbar. Weil bei Tieren, die lassen sich ja nicht gerade mal so platzieren, wie man das möchte. Pflanzen und Pilze sind da deutlich pflegeleichter. Als nächstes kommt dann immer die große Frage, mit welcher Kamera soll ich denn meine Pilzfotos aufnehmen? Gibt es die beste Kamera? Hier ist meine Devise, dass man das sehr nach Anlass holen soll. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem Pilzesammeln oder mit dem Pilzefotografieren an sich, dann empfehle ich euch, benutzt einfach euer Smartphone. Denn so gut wie jeder hat heute eins. Die sind ja inzwischen heute auch mit ziemlich professionellen Kameras ausgestattet. Damit kann man schon sehr, sehr viel abdecken. Und man hat keine großen Anschaffungskosten und kann direkt loslegen und Spaß haben. Ich benutze meine Handykamera selten zum Pilzefotografieren. Einfach aus dem Grund, da ich mir halt schon vor längerer Zeit mal professionellere Pilze kauft habe. Und ich benutze mein Handy nur in Notfällen, wenn ich keine Kamera dabei habe. Hier rechts im Bild seht ihr eine meiner Kameras. Das ist die TG5 von Olympus. Die habe ich mir schon vor drei oder vier Jahren gekauft. Und mit der bin ich bis heute auch wirklich sehr zufrieden. Diese Kamera ist auch wirklich was Besonderes. Das zeige ich euch mal. Die kann nämlich sehr krasse Nahaufnahmen machen. Ich schnappe mir mal hier den Teubling. Und wenn ich mir hier meine TG5 schnappe und ganz nah rangehe. Ihr seht, ich bin jetzt echt nah dran. Dann passiert nichts, weil ich den falschen Modus eingestellt habe. Hier gibt es diesen Nahaufnahmemodus, dieses Mikroskop. Und damit kann man dann wirklich richtig nah dran gehen und auch nahe Aufnahmen machen. Hier seht ihr das Bild, das ich eben gemacht habe. Bei diesen Nahaufnahmen leidet allerdings oft die Tiefenschärfe etwas. Das kann man meines Wissens aber auch korrigieren durch so eine Art Fotostacking. Also das heißt, die Kamera macht ganz viele Fotos hintereinander. Und dann setzt die Kamera das zu so einem relativ tiefen, scharfen Bild zusammen. Nur um ehrlich zu sein, bin ich da zu doof für, beziehungsweise kenne mich zu wenig mit Fotografie aus, um das sinnvoll einsetzen zu können. Ich mache das nur als Hobby und habe da auch keinen Bock, mich da jetzt richtig krass reinzufuchsen. Und deswegen mache ich das immer so, wie es gerade passt. Ihr seht, auch auf dem zweiten Bild, da kommen auch trotzdem ganz schöne Ergebnisse zustande. Ein weiterer super Vorteil der Kamera ist, dass sie ist extra outdoor-mäßig ausgelegt. Das heißt, sie kann runterfallen, sie ist auch wasserdicht. Man kann sie auch für Unterwasserfotografie benutzen. Und hier diesen Mikroskop-Modus, den finde ich persönlich einfach super und benutze ihn sehr gerne. Wofür sie sehr schlecht geeignet ist, ist für so ein YouTube und so ein Kram. Da man den Bildschirm nicht drehen und wenden kann, der ist fest. Aber wie gesagt, ich fotografiere mit dieser Kamera schon seit vielen Jahren Pilze. Habe lange Zeit gar nichts vermisst. Jetzt muss ich mit der TG5 aufnehmen. Hier seht ihr meine Canon EOS. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das steht ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Die habe ich mir eigentlich für YouTube gekauft, für meine ganzen Videos. Allerdings habe ich in letzter Zeit festgestellt, die ist auch mega geil, um Pilze zu machen. Da man bei der einfach nicht das Problem hat, wie bei der TG5 mit dem Überlichten. Hier habe ich euch mal beide Kameras als Vergleichsfotos nebeneinander gepackt. Links, das ist meine Filmkamera. Rechts, das ist meine Outdoor-Pilzkamera. Ja, man sieht schon, dass mit dem Überlichten, was ich eben angesprochen habe, das ist schon rechts deutlich heller als links. Aber die Outdoor-Kamera ist auch einfach deutlich besser für Outdoor-Sachen geeignet, im Gegensatz zur Filmkamera. Die ist dafür eigentlich nicht geeignet und geht halt auch schneller kaputt. Also meine Kaufempfehlung, wenn ihr wirklich was nur für Pilzfotos sucht, auf jeden Fall die Olympus, TG, wie auch immer. Und das andere ist auch ganz nett, ja, aber ist jetzt kein Must-Buy, finde ich. Der fünfte Tipp bezieht sich auf die Verwaltung und die Organisation eurer Pilzfotos. Und das ist ein Tipp, der mir besonders am Herzen liegt, da ich nämlich auch einige Jahre gebraucht habe, bis ich hier ein vernünftiges, gutes und geiles System entwickelt habe. Wenn ich meine Pilzfotos gemacht habe, landen die hier in diesem Ordner von der Kamera, auf der Speicherkarte. Und dann habe ich hier ungeordnete Fotos einfach, die ich gemacht hatte. Was haben wir denn hier? Hier, das ist zum Beispiel ein Röhrling. Und ich sehe jetzt gerade 16, 17, 18. Die drei Bilder sind das. Ich navigiere mich hier mit den Falltasten durch die Fotos, dann geht das nämlich schneller. 16, 17, 18. Schneide ich die aus, alles mit Schnelltaste, damit es besser und schneller geht. Und packe die zu den Röhrlingen. Dann habe ich hier, seht ihr, so ein paar Ordner. Und da habe ich dann die Namen von den wichtigsten Pilzgruppen drin. Boletalis sind alle Röhrlinge. Und jetzt ist der Pilz hier bei den Röhrlingen gelandet. Und so sortiere ich dann hier schon mal alle Fotos vor, damit alle Fotos schon mal in der richtigen Gruppe sind. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann geht es an die Feinsortierung. Und da könnt ihr hier sehen, ich habe auf meinem PC so einen Bilderordner, extra nur für Pilze. Das ist sozusagen das Herzstück von meinen Pilzbildern. Ich brauche das aber auch verdammt oft hier für den YouTube-Kanal, weil ich ja immer bestimmte Pilze mit bestimmten Fotos auch illustrieren möchte. Und da ist dieser Ordner super wichtig für mich und da steckt richtig viel Arbeit drin. Aber der ist auch richtig cool. Und zwar habe ich hier, könnt ihr hier sehen, verschiedene Ordner für verschiedene Pilzgruppen angelegt. Zum Beispiel hier sind alle Lamellenpilze. Dann habe ich hier angewachsene Lamellen, freie Lamellen. Und zum Beispiel bei angewachsenen Lamellen und Braunschbohrer. Was gibt es da? Ackerlinge, Samthäubchen, Schleierlinge, Fäblinge, Flemlinge. Genau, alles mögliche. Aber ich habe das halt sozusagen genau so sortiert, wie es auch im Pilzbuch oder in der Pilzsystematik sortiert wird. Und das mag ich halt total. Und dadurch hat man einen super Überblick über alle seine Pilzarten und seine Gattungen. Und es hilft einem auch nochmal, dieses Gattungssystem besser zu verstehen. Genau, da habe ich eins für Lamellenpilze. Hier habe ich eins für Röhrlinge. Hier unten habe ich eins für Sprültblättler. Das sind eigentlich so die drei, die ich am häufigsten brauche. Also Lamellenpilze, Röhrlinge und Sprültblättler. Ja, manchmal auch Schlauchpilze oder Bauchpilze, die so stauben, wenn man drauf tritt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das genau mache. Wir haben ja hier eben ein Röhrling vorsortiert. Dann schauen wir doch mal. Dann gibt es verschiedene Gruppen. Die vier wichtigsten sind die Dickröhrlinge, die Schmierröhrlinge, die Rauschtürröhrlinge und die Filzröhrlinge. Hier unten. Der Röhrling, den wir eben gefunden haben, sieht so aus wie ein Dickröhrling. Hat aber jetzt inzwischen eine eigene Gattung gekriegt. Hemilequinum heißt die. Halbraufüße. Und da, da ist es. Der fahle Röhrling. Genau. Da habe ich jetzt nochmal neue Fotos gemacht. Hier in meinem Röhrlingsordner. Dann kann man die hier rauskopieren, ja, ausschneiden und hier einfügen. So, und dann F2 ist die Schnelltaste, um Fotodateien umzubenennen. Und ich benenne die dann immer nach dem Jahr 2023. Und das Strich dann der Monat 08. Und dann der Fundort. Güdesweiler heißt das Kass. Genau, und so. Jetzt habe ich die drei Fotos nochmal schön einsortiert in mein Pilzarchiv. Und kann damit jetzt auch in Zukunft super weiterarbeiten. Der sechste und letzte Tipp richtet sich vor allem an diejenigen, die Interesse haben, mit Chemikalien auch Pilze zu bestimmen. Bei einigen Pilzgruppen, zum Beispiel bei Täublingen oder bei Schleierlingen, ist das ja relativ wichtig. Und das möchte ich euch einfach nur auch ans Herz legen, dass ihr wie auf dem Foto, was ich hier jetzt abgebildet habe, da seht ihr auf dem einen Pilzhut rechts, ist so ein dunkler Tropfen, ein dunkler Fleck. Und der kommt von einer Lauge, die ich da auf den Hut getröpfelt habe. Und dann hat man einfach nochmal mehr bestimmungsrelevante Inhalte auf den Fotos. Und das finde ich ist einfach eine super Sache, die professionelle Fotos auch wirklich ausmacht, dass man auf möglichst wenig Foto möglichst viel rausnehmen kann. So, ich hoffe, dass dir meine Tipps helfen, dass du selber auch ganz tolle Pilzfotos machen kannst und die mit der Welt teilen kannst. Wenn du sagst, ja, Pilzfotos bin ich cool mit, aber ich würde jetzt gern noch mehr Pilze kennen, die ich auch fotografiere, dann schau dir mal diese Playlist von mir an. Das sind meine Pilzvideos, die sich explizit an Anfänger richten. Da kannst du Schritt für Schritt neues Wissen aufbauen und deine Kenntnisse da vertiefen. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit dem einsetzenden Regen und dem einsetzenden Pilzwetter, dass ihr selbst auch ganz tolle Pilze findet. Wenn ihr einen tollen Fund gemacht habt, dann könnt ihr mir den gern auch per E-Mail schicken. Den Link zu meiner E-Mail findet ihr unten in meiner Kanalbeschreibung. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ich freue mich, euch in einem meiner anderen Videos bald wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.